Rückwärts, out of the brain. Muss ich jetzt out of the brain auch sagen? Ja, kann man ja mal eben machen, ne? Hier ist vor toi, na lie. Muss mal weich machen, weil sonst hört sich hinterher an wie viel an, wie ein F, ne? Da muss man sich schwer verkonzentrieren, ne? Oh, ich hab heute wieder so das Schreiungsorgan, ne? Aber hab ich eigentlich immer, ne? Wenn man mich spannend jetzt so bei den nächsten Fernsehauftritten bin ich dann so, ah, weil dieses Jahr war irgendwie ein bisschen schwieriger, war jetzt zweimal erst im Fernsehen, ne? Aber im Radio war ich auch ganz oft, da ist immer so schön, auch voll emotional, ne? Aber Radio ist wirklich schwer verpferlicht, ne? Weil die tun einen immer dann kontrollieren, die spielen das in ganz kurzer Zeit dann rückwärts ab und wenn du da wirklich Mist baust, oh, 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 da wirst du voll in love, ne? Aber so richtig haben sie mich noch nicht gekriegt, ne? Außer einmal hatte ich mal so eine Moderatorin gesagt, ne? Susanne Rohrer hieß die, ne? Und dann hörte sie sich das hinterher so an, Rohrer! Habe ich das eher ein bisschen übertrieben gesagt, ne? Aber dafür war es auch ganz spontan. Habe ich das eher ein bisschen übertrieben? 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 Habe ich das eher ein bisschen übertrieben?